Weitere Zaheje! Schau es! Ich habe ein geleistetes Vorles Rudow! Rigs 3 Runde 1! Auf Schamil! Oh Schamil! Sieht aber viel schwerer aus wie der Schamil. Oh Schamil, Schamil! Und der Schamil? Ja, der macht ihn fertiger. Kompakter aus, ja. Der kommt super vom Schamil. Und dann legt er los. Wir gehen zum Achtung. Ja. Jawoll! Wir müssen nachgehen. Jawoll! Macht das! Sehr gut, komm, nachsitzen! Hier geht es sich mit der Schamil. Jawoll! Der hat echt gesessen. Das war ein Pfund. Das war gut. Sehr gut, komm! Sehr gut, komm! Gebebt! Super! Den hast du, Schamil! Auf Schamil! Aber ruhig, ruhig! Ruhig, ruhig, Schamil! Das hast du locker! Ja, das ist so locker! Das war ja gerade krass! Sau stark! Sau stark! Sau stark! Sau stark, oder? Sau stark, oder? Sau stark! Sau stark, oder? Der ist so krass! Sau stark, oder? Du! Du bist etwas fliegen! Der hat ein paar Hämmers! Sau stark! Jetzt kommt die Leckenbindung! Sau stark! Sau stark! Sau stark! Sau stark! Super! Oh, der war gut. Ja! Ja! Ich habe wieder rechts Kran. Ja! Ja! Das ist jetzt wieder rechts. Ja! Ja! Jawoll! Ja! Ja! Dreimal hat er fast den K.O. geschlagen. Ja! Drei Mal! Dreimal hat er fast den K.O. geschlagen. 10! Der! Der Rode! Super! Der Rode!